Aufnahme 2 Kanäle gestartet Auf Lee Village D159 A nach Norden Richtung Rügelab-Plast starten Den Straßenverlauf von D159 A für 1,5 km folgen Rügelab-Plast starten Rügelab-Plast starten Rügelab-Plast starten Rügelab-Plast starten Rügelab-Plast starten Rügelab-Plast starten Das war's. Noch 300 Metern, rechts abbiegen auf Ceyron D159. Rechts abbiegen auf Ceyron D159, dann links abbiegen auf Kontamine. Links abbiegen auf Kontamine, C542. Jetzt kommt einer. Jetzt kommt noch einer. Jetzt kommt noch einer. Ja, das ist gut. Nach 300 Metern befindet sich das Ziel auf der rechten Seite. Ah, Tankstelle, ist doch gut. Sogar mit 98. Ja, wir können nachher auf dem Rückweg tanken. Kann man da oben, das ist schön, ja. Was die da alles haben. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Ja, das ist schön. Ja, das ist schön. Also. Auf Kontamine, D542 nach Osten Richtung Chabuil starten. Che Panine ist bei deiner Ankunft möglicherweise noch nicht geöffnet. Der macht erst um 19 Uhr auf. Dann kannst du das Auto parkieren, dann können wir zu Fuß ein bisschen gucken. Nach 400 Metern befindet sich das Ziel auf der linken Seite. Die müssen sich hier parken unter den langen Aufen, wie wär das? Ja, dann kannst du das Auto geschlagen. Ja, dann kannst du das Auto beschlagen. Aufnahme, zwei Kanäle gestartet. Bei deinem Auto haben sie geguckt, weil der Ausdruck doch ein bisschen laut ist. Bei meinem Auto hätten sie erst geguckt, wenn der Scooter volle Puller angeht. Bei meinem Lassen. Ja! Die Sonne reinschneiden sie ja in das Kornfeld. Die Sonne reinschneiden sie. Die Sonne reinschneiden sie ja in das Recht. 7, 6, 5, 1, 9, 403, Menge, steht das noch dran, ja, 28, 32, die wird los, 51, 17, 7,03. Ach, da braucht es weniger. Links abbiegen auf Weglo D159A. Den Straßenverlauf von D159A für anderthalb Kilometer voll. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Straßenverlauf von D159A Die Straßenverlauf von D159A Die Straßenverlauf von D159A Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nach 200 Metern befindet sich das Ziel auf der linken Seite. Das Ziel befindet sich auf der linken Seite.